Doch wen hat Dürer skizziert? Bis heute ist nicht bekannt, welche Venezianerin Dürer für diese Zeichnungen Modell gestanden hat. Im Frühjahr 1495 erreicht Dürer Nachricht aus Nürnberg. Die Schreckenszeit der Pest ist vorbei. Gibt es noch einen Grund, länger in Venedig zu bleiben? Er will nach Hause, um dort einen Plan umzusetzen. Er will den Menschen eine neue Art Bilder verkaufen, die sie noch nie gesehen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.